Was? Ein riesiges verdammtes Loch. Ey, Mann! Er checkt dich, warum ich nicht mehr schießen kann, Digga. Oh Mann. 15 Sekunden übrig. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Häh? Wer vom eigenen Druck verbleibt? What the fuck? Okay, das war echt das Dümmste, was ich heute gesehen habe. Und welches Level sind die? 68. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Das war dumm, geh raus aus, aber ne Junge, jetzt kann ich mir nicht mehr anfangen. Oh Gott.